herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal mit dabei sind zwei leute die jetzt nicht alle mich auf instagram klas punkt moella unterstrich unterstrich gibt zweimal jonathan s29 auf instagram jetzt habt ihr jetzt wisst ihr auch alle meinen instagram account unterstrich s punkt 29 genau so wir wollen heute noch clash spielen aber wir werden schön verliehen doch man hat ihm wieder geld ja 25 euro hat noch seit ostern ich weiß nicht jetzt habe ich aber hier auch noch gemerkt dass ich marken bekommen habe galaxien marken das reicht aber nicht noch für ein orb von daher was kann sich hier noch lustiges kaufen eigentlich ich werfe die schlüssel so auch auch wenn leute das hassen wenn man normal kisten öffnet ich ziehe daraus immer skins also von daher ich mein video die monetarisieren lieber nicht nicht jetzt öffnen wir hier zwei kisten genau bei und halt ich wirklich weit weg von meinem ja danke nicht lassen also kurze haben das nicht es ist nur wenn das länger abspielt und fetziger silien niklas das ist doch was für dich ja kann ich wirklich gleich jetzt gehen der ist wunderbar jetzt habe ich auch einmal zu den skin und ich glaube es sind so und wir öffnen orbs haha wünsche mir glück die nona haben wir einen besseren nas ja das ist gut absolut einer weiter diese funktion kann kannte ich noch nicht königlicher schacko jonas immer her unseres genieß bitte hör auf damit die brauche ich halt auch die vor allem die kerris na oder alles da brauche ich auch nicht nicht das hast du den gekauft weil der schockerste ist gar nicht obwohl doch kann doch kann sogar sein ich habe es gehen finde ich aber gar nicht so weil ich finde immer die menschung viel besser es ist ein ständiger es geht das ist mit der das geht nur in jocke wir brauchen worten Nee, Worten brauchen wir nicht. Das ist ein Video von Jonathan. Das ist so ein unorganisiertes Video. Aber das kennt ihr seitdem. Wenn ihr die Videos mit Julius gesehen habt, dann kennt ihr das. Qualitativ hochwertig. Kriegsherd Javan IV. Das wird lustig, wenn ich rerolle. Ach so, man sollte vielleicht nicht die deutsche Reichswehr als Instagram-Bio machen. Als Instagram-Story. Das wisst ihr auch alle, wie mein Dings ist. Wie unser Clash-Name ist. Ja. Sheriff Kaelin und ein Gemstone. Ja, gib mal her. So, jetzt fehlen mir noch zwei. Jetzt fehlen mir noch zwei. Okay, ich hab extra Jonas nur geholt. Ja, gib mal her. Daraus müssen wir nie machen. Warum steht bei... Ja, das hat sich bereits auf Clash vor. Warum steht das da? Ich hab mir überlegt, wenn man jetzt Übungsmatches macht, zählt das dann auch in deiner History quasi, in deinem Spielverlauf. Nein. Schade. Wieso? Was hast du hier überlegt? Kann man sich auf Clash vorbereiten? Karnevalskönigin an Iver. Ich hab mir überlegt, dass man machen könnte, dass man jetzt quasi nur Toplaner spielt, ich als Eddie Carrey jetzt, und dass man dann, ich hab bei der Raine Catelyn gezogen, Sheriff Catelyn hab ich gesagt, glaube ich, dass man dann, halt die Leute denken dann, du trollst die ganze Zeit nur, weil du jetzt die ganze Zeit nur irgendwelche Toplaner gespielt hast und bist du absolut nicht aufgewählt worden und so. Weil die sehen das, ja. Ja. Blutmund Master Yi. Ach, du Gott, Jesus. Das geht für Jonas. Ja, den mag ich aber auch nicht so. Ach. Ähm. Oh, nee, jetzt. Oh, scheiße. Ich fühl dir dann gleich. Oh Gott, weil Julius... Ah. Ja, jetzt lass das weg. Die brauchen die... Die Videos können das alles selber anschauen. Julius hat mir grad mein Gehirn weggeschossen. Van dan. Van dan. Nadimir. Oh, nein. Ich freu mich auf Revolts. Komm, bitte gib mir einen Jackpot oder ein Bag oder sowas. Bitte nicht. Bitte gib's ihm nicht. Winter Wonder Oriana. Ico. Oh. Das braucht Torfen. Ja, aber den Skin find ich gut. Den behalte ich vielleicht. Ähm. Macho Mundo. Schau über dein Haupt. Ich hab nur einen Adekaree-Skin bis jetzt. Ist das nicht Macho? Ja, klar. Rennschlitten Korki. Ich krieg hier aber auch die ältesten Korki-Skins, die alle Legendary sind. So, wir haben hier den Rennschlitten Korki und wir haben hier den Roten Baron Korki. Aber der Rote Baron Korki ist gut, weil... Ähm. Naja. Ja. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Einfach nicht weiter hinterfragen. 21. Scheiße, 21 ist genau Teilbar durch 3. Naja. Wir rerolen erstmal Jungler. Nein. Das möchte ich nicht tun. Und Jarvan, wo ist Jarvan? Das sind die Supporter hier. So, was kriegen wir raus? Nichts. Nichts. Ich bin so schlau. Oh Gott. Hab ich gerade so... War das dein Hund oder was? Du das. Ich will mir dieses Game irgendwas sagen, dass ich jetzt Arcade Korki gezogen habe. Oh Mann. Ich hab Korki auch nicht. Ich hab Fnatic Korki. Ich hab so viel Korki. Sona, Mundo und Sillian. Wobei, Sillian wollte ich ja vielleicht behalten. Wieso? Weiß ich nicht. Ich bin eben Kassel. Ich hab Angst. Bitte, bitte, bitte. Hm, dich hat Morgana auch. Mondgeist Morgana. Oh, ich hab dich nicht. Scheiße, Mann. Okay. Alissa, Shako, Anivia. Ich will jetzt nochmal Korki rauskommen. Ich glaube, ich muss mal gut sein. Schako, geil. Schwarz, Frost, Alissa. Ich hab nochmal Alissa. Der Skin ist so geil. Nein. Doch. Ja, schon, aber... Jetzt hier. Gentleman Skin. Vladimir. Und den Rennschlitten Korki. Kommt der Twitch-Skin raus, auf den er wartet. Oh, wieso war er? Ich will doch einfach nur den Twitch-Skin. Ach, Mann. Mal bei gespielt, ja. So. Damals 1902 in der Stich. Als die Welt noch gut war. Wen behalte ich? Behalte ich den Draven-Skin? Behalte ich den Katelyn-Skin? Also, ich würde den Draven-Skin behalten. Ich würde Katelyn-Skin behalten. Oder behalte ich den Ori-Skin. Katelyn. Ich behalte E2. Also, Ori und Katelyn, würde ich sagen. Und da kommt er zu den Btw auch weg. Warum denn? Och. Ich dachte, ich hätte Poppy nicht. Schalachhammer Poppy. Ach, du Scheiße, Mann. Er kann doch auch sein, dass du sie nicht hast. Ich bin nicht so verarscht von diesem Game. Ich habe keinen Eins. Kann doch sein, dass du sie nicht hast. Was? Du kommst beim Re-Wallen aus den Champions, die ich nicht habe. Aber ich dachte, ich hätte die nicht. Und deswegen dachte ich, jetzt könnte ich nochmal Re-Wallen. Ich werte mal den Ori-Skin auf, weil ich mag den Skin. Und ich werte auch den Katelyn-Skin auf, weil... Ich habe Katelyn. Ja, eigentlich nicht. Doch. Ich habe einen besseren Katelyn-Skin. Ja, aber man kann nie genug Skins haben. Wie ist der? Der ist nicht geil. Auch er, der? Ich weiß nicht. Nee, ich lasse ihn erst mal. Ich will den Endgame vorsehen. Oh Gott. Ja, kein Adi-Carry-Skin. Hätte ich mir, glaube ich, besser einen Ash-Skin oder einen Twitch-Skin persönlich gekauft. Ja, Projekt Ash. Nein, Heino. Nee. Heino. Nein, Projekt. Oder, hast du den Es-Skin, kann ich mir gar nicht kaufen. Ich will den Scheiß Es-Skin. Den Pyjama Es-Skin. Ich weiß, wer ihn hat. Ja, ich auch. Ich weiß, wen ich habe. Das Whiskin, ich habe. Okay, Leute. Das war wieder ein lustiges Video. Das war ein geiles Video. Ja. Wir haben gutes Zeug draus gezogen. Kack. Und, ähm, ja, können wir die Aufnahme beenden. Man sieht sich im nächsten erfolglosen Video. Und, ähm, ja, können wir die Aufnahme beenden, 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 die Auf